Tor. 2, 1 für Köln. Was für ein Hammer von Risse. Freistoß für Köln aus gut 30 Metern halb linker Position. Risse läuft an und zimmert den Ball in den Knick. Da sah Sommer nicht gut aus, trotzdem ein Traumtor. War das die Entscheidung? Marcel Risse, Stern 17. Dezember 1989 in Köln, ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielt bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen im Mittelfeld.